Wir schreiben und berichten über alles, was uns persönlich vergnügt. Freiluft, Schwimmbäder. Das ist keine Party sein, das ist ein Konzert. Eine Galerie macht auf, ein Club macht zu. Meine größte Herausforderung war tatsächlich das Bestehen des Führerscheins. Es hat zweieinhalb Jahre und fünf Prüfungen gedauert und war richtig ätzend. Einer der besten Autofahrer, die ich kenne. Bei Schuhen ist es so, dass ich stilistisch jahrelang komplett nur Sneaker getragen habe. Mittlerweile trage ich dann auch mal Schuhe, die keine Sneaker sind, die so ein bisschen schicker sind. Wenn ich einen Schuh habe, der passt, dann trage ich den auf jeden Fall lange. Also heute will ich noch mit unserem Team eine Bootsfahrt machen. Da freue ich mich auch, muss ich sagen. Euer Christian Schäufe